Hör mir zu. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Ein Mann wird kommen und dich holen. Ein Mann wird kommen. Was zum? Halt! Hier ist vier. Wir brauchen Sicherheit. Hey! Zentrale, hier wirft irgendein Spinner mit Sachen rum. Wir regeln das. Over. Hey! Ich weiß, die Kundin will es so, aber deshalb muss ich es ja nicht gut finden. Personal von örtlichen Einrichtungen? Wir haben kaum Zeit für vernünftige Hintergrundschäden. Geh mal nach Hank. Er scheint dich zu mögen. Alles klar. Oh, sei ganz normal, ja. Wir sollen nicht wissen, dass er was... Halt dich mit Augen auf und wir haben hier ein Problem. John Doe am Boden. Vanitäter sind unterwegs. Warst du heute schon in der Küche? Der Koch ist ja wieder besonders mies drauf. Hm. Der Job ist ungefähr so spannend wie Farbe beim Trocknen zuzusehen. Aber wenigstens ist das Essen gut. Was? Was ist das? Ich glaube, ich kenne Sie nicht. Wer sind Sie noch mal? Gehen Sie weiter, Sir. Gehen Sie weiter, Sir. Mich legen Sie nicht rein. Hey, so weit ich weiß, hat das Mädchen das Auto. Sie wird schon verkleidet. Sofort stehen bleiben. Los. Sorry, Mann. Neue Regeln. Hier ist kein Fuß, der ist ausabschlussend. Der Garten liegt hinter mir. Betrete jetzt das Anwesen. Nähere nicht dem Ziel. Gut. Dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Burnwood und Victoria. Ja, bringen Sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen. Der Agency und mehr. Was? Sie machen Wütze. Sind Sie sicher? Ah! Klingt nach einer Teamgesprechung im Wohnzimmer. Beeilen wir uns lieber. Der Boss wiederholt sich nicht gerne. Alle mal herhören. Miss Burnwood ist oben unter dem Tisch und optimiert unter dem Tisch. Das Mädchen ist mit noch weiteres in seinem Zimmer. Für alle, die den Ablauf noch nicht kennen... Hey, mir kannst du's doch sagen. Meine Lippen sind versiegelt. Dieses Rezept wird seit Jahrhunderten vom Meister an seinen Schüler weitergegeben. Ich werde die geheime Zutat mit ins Grab nehmen, Mister. Aha. Ist das Salz? Nein. Nein. Wofür halten Sie mich? Salz? Bitte. Ich, und das können Sie mir glauben, bin einer der besten Köche in dieser kulinarischen Einöde, die Sie Nation nennen. Sie kippen flüssige Butter über Popcorn. Sie würden Zucker sogar in die Luft blasen, damit jeder Atemzug schmeckt wie ein Lolli. Und Sie maßen sich an, Mutmaßungen über meine preisgekrönten Rezepte anzustellen? Ist ja gut. Beruhigen Sie sich. Schämen Sie sich, Sir. Schämen Sie sich. Ich hab doch nur gefragt. Mann, kriegen Sie sich mal wieder ein. Raus hier. Husch. Husch. Raus, hab ich gesagt. Bewachen Sie ein Tor oder schießen Sie auf Bierdosen, Sie Dummkopf. Das ist mir egal. Lassen Sie eine dieser mobilen Toiletten im Garten aufstellen. Ich riskiere keinen Zwischenfall, indem ich jemanden in das Haus lasse, der nicht von mir persönlich autorisiert wurde. Regeln Sie das. Over. Hm. Komisch. Das Aroma ist irgendwie anders. Hab ich zu viel Muskat rein? Nein. Nein. Das ist nur ein Unterton. Nur im Abgang. Das ist was anderes. Hab ich etwa einen, wie sagt man, Fehler gemacht? Nein. Nein, das ist unmöglich. Haltet die Augen offen, Jungs. Ich muss dringend was mit der Security am Problem machen. Okay. Ich muss denselben Weg zurück. Mal sehen. Dämpft da jemand das Licht? Dämpft da jemanden? Ich muss dringend was mit der Karte. Dämpft da jemanden? Sie müssen dringend was mit dem Blumen. Dämpft da jemanden? Es ist mir sinnvoll. Wofür? Schließlich schießt Í. Dämpft da jemanden? Nähere mich der Zielperson. Sehr gut, 47. Vergessen Sie nicht. Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Denken Sie daran. Sie sind zu gefährlich, um sie zu gefährlich. Sie sind zu gefährlich, um sie zu gefährlich.